Hier geht's mit Elie Gela! Elie Gela! Elie Gela, du bist der beste Mann! Ich liebe dich! Herzlichen Glückwunsch Elie, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube! Freunde, es ist 0.40 Uhr oder so. Sockebeut, die Ehre-Männer haben für uns die Halle aufgemacht. Marine Ferdi, ihr seid die Besten. Und wir nehmen jetzt hier in der Fußball-Challenge auf. Das ist zwei Tage vor dem Elie Gela Cup. Deswegen sind wir ein paar in Berlin. Wir haben uns hier heute ein paar sammeln. Guck mal, um das nächste Fußball-Challenge-Video aufzunehmen. Das letzte kam super an. Wir nehmen drei Channenges bei mir auf, drei Channenges bei Willi. Wir sind Macher, danach nehmen wir noch andere Videos auf. Lass ein Like auf das Video da, Freunde. 100.000 Likes ist das Ziel. Ich denke, das wird die nächsten Jahre noch geklickt. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen. Und wir werden ein Giveaway auch nochmal hier im Video reinmachen. Kurze Information für den Support, Freunde. Wir haben die 700.000 Follower auf Twitch geknackt. Und das war ein sehr, sehr krasses Jahr, wie ich finde. Ich glaube, overall haben wir, keine Ahnung, anderthalb Millionen Abonnenten dazubekommen über die Kanäle. Völlig geisteskrank. Und für den Support habe ich mir gedacht, und weil es ein sehr cooles Video ist, hauen wir hier ein Giveaway raus über YouTube, Freunde. Wir verlosen Nackenkissen. Wir haben noch ein paar von denen. Ich verlose fünf von diesen Nackenkissen, Freunde, von Elevate. Ist ja sehr gewollt, sehr, sehr gerne gesehen. Ich verlose zweimal eine 100 Euro PSN-Karte. Und wir verlosen einmal AirPods, Freunde. Habe ich auch noch welche hier. Das Giveaway geht bis zum 31.12. Also Neujahr, Silvestermäßig. Ihr müsst diesen YouTube-Kanal abonnieren. Und ihr müsst mir auf Instagram folgen. So, das sind die Bedingungen. Lasst ein Like auf das Video da. Ist ein sehr, sehr cooles Video gewesen. Ich denke, das wird eines der coolsten Videos auf dem Kanal. Und jetzt viel Spaß, Freunde. Eldos ist dabei. Sydney ist dabei. Vidi ist dabei. Und Ermin ist im Go Lasso. Vielleicht springt er auch ein für Eldos, wenn er manchmal nicht schießen kann. Alle sind oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und Freunde, wir fangen jetzt an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schau doch. Schau doch. Tech. Hannity. � andare. Musik 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 Skye Musik Musik FIFA! FIFA! Aaaaaah! Und der Winner des FIFA Buschers Award ist... Der Riquela! FIFA! Eins, eins! Und das ist es! So, ich hält uns! Jungs, wir spielen bis Fünf, das ist zu krass! Es steht zwei, eins, zwei, vier schon! Super, drei! Fünf, drei! Fünf, drei! Fünf! Danke! Nochmal! Fünf, fünf, fünf! Fünf, fünf, fünf! Was ist denn los? Ich hab nicht durchgezogen! Seht ihr die Position eigentlich? Ja! Das ist die Position! Oh, hey, hey! Oh, hey, hey! Bist du dich? Tisch, zwei! Oh, hey, hey... Oh, hey, 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 hey! Oh, hey. Ja! Ja! Ich hab die Kippe! Ja! Aaaaah! Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. E, ja! Das ist gut. Ok. Okay. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Ja! Wär mir letztens kommen mit schwachen Fuß? Ja, so. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Oh, du musst dich zuehen. Oh, du musst dich zuehen. Komm, ich schütze. Okay, mach ich. Oh! Alles gut. Ich muss dich nicht aufhören. Ich muss dich nicht aufhören. Ich muss dich nicht aufhören. Ja! 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 Oh, du musst dich, du musst dich. Wach du! Oh, du musst dich zuehen. Ja! Och! Ich muss dich aufhören. Wo die Hände, ey? Wo die Knien, das waren die Locken. Kann man nicht. Kann man nicht. Wer hat das Zug? Oh! 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 Hatt dich! Hatt dich! Hatt dich! Hey. Doe. Hatt dich. Oh, der Magia. Hey. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war es. 1-0 für uns. Ich muss sagen, sehr dreckig von euch gespielt. Ja, aber weißt du, wer der Drecksack war? Hat er sich auf mich gespielt? Ah, ich bin nicht sicher. Also Freunde, erste Challenge. Jeter und die haben sie gut gemacht, ehrlich. Wir gehen in die zweite. Was ist denn das? Flanken annehmen. Flanken annehmen. Dann haben wir direkt das zweite Teamspiel. Ich flanke zu Willi. Wir machen mal hier ein Beispiel. Ich flanke mal auf Eldos oder so. Warte mal. Ich weiß nicht, ob du ihn drauf hast. Ja, das ist ein Beispiel. Schlechter Ball, aber gut verarbeitet. Jeder drei Pfiffe, Freunde, dürfen sich hier schießen. Tschüss. Ist alles drauf. Samba. De Janeiro. Eldos hat fünf Punkte. Ihr habt beide einen Punkt. Ja. Wie viele Kontakte haben wir? Zwei. Eine in der Luft, annehmen, Popftor. Wow. Begovic. Gutes Ding. Schlecht kontrolliert hast du auf dem Linken, Eli. Erster Kontakt. Bam. Offene Stellung auf dem Rechten. Püftor. Mit dem Linken. Okay, Eli. Null Tore. Gutes Ding. Sehr hart. Und da ist ein guter erster Kontakt. Oh. Gute Bälle auch von Eli. Hat ihn wieder auf dem Rechten. Und der ist drin. Der ist super drin. Trent Alexander-Arnold. So. Letzter Versuch von Willi. Gutes Ding. Guter Kontakt. Der liegt. Kann er nicht aussuchen? Ah, verzieht. Hey, was bist du für ein Flundern-Tor? Was ist denn das? Das ist ja bodenlos, Digga. So. Der Mann muss ein Tor schießen, aber es sieht einfacher aus als es ist. Warum? Wie viele Tore haben wir geschossen? Weg. Gutes Ding. Ja, okay. Fritter kann doch nicht richtig durchziehen, Freunde, weil ihr kennt seinen Knöschel. Der Mann kann nicht richtig durchziehen. Okay. Oh. Sudden Death. Komm, Platz 3. Okay, Platz 3. Wir haben nur einen Schuss. Boah! Ah! 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 Daher wurde das Netz berührt. Jetzt müssen Sie sich mutter Beweis stellen. Der kam relativ hoch. Ehhh, Birkowitsch, Digga! Hey, lass meinen Bruder in Ruhe aus mir! Lass mich liegen, Hermin! Fritz, du musst treffen! Was? Das kann nicht sein, Digga! Ehrlich? Das ist ja Wahnsinn! Der liegt ja, oder? Boah, der liegt gut! Der liegt gut! Tor! Sein Schuh ist dort! Digga, hat er mal einen Stress! Oh! War gut, Sidney, war gut! War aber auch pingelig da mit einem Netz! Fällt Ehrlichs Garnal, ne? Die Frau Schenkel! Quack, quack! Also, Punktestand, Willi wurde Erster, kriegt vier Punkte, Ehrlichs Zweiter, drei Punkte. Hat insgesamt vier Punkte. Ehrlich, geiler Dritter, hat insgesamt zwei Punkte, Sidney Frieder, kriegt einen Punkt. Aber ist auch sehr random, Freunde, wir haben nur zwei Versuche oder so gehabt, da kann alles passieren. Und mit so einer Latram-Tüte da irgendwo raus... Hallo, hallo! Das ist sein Bruder! Super Typ, ehrlich! Das ist sein Bruder! Gut, letzte Challenge, Freunde! Wir müssen den Ball hier dann! Er muss das Tor treffen! Ohne, genau so! Nothing but net! Latte zählt nicht! Die Latte zählt nicht! Nee, das ist halt selbstverständlich! Du wolltest sie nicht an die Latte! Ich wollte dann die Latte, um das zu zeigen. Der muss ins Tor fallen, ohne dass er den Ball brüllt! Den Ball! Den Ball! Von wo? Machen wir immer weiter weg? Ja, ja, ja! Oder lass doch einfach gleich von hier starten! Ja, ja! Weißt du, bevor wir... Von hier nah trifft jeder! Jeder hat drei Schüsse, wer mehr rein macht! Von hier! Einfach drei Versuche! Super! Okay, lustig! Boah! Die Eins! Die Stehen hier! Bitte nicht! Auf! Ja! Die Stehen hier! Drei ist ein Brett! Zwei! Zwei! Zwei ist ein Brett! Ich glaube, ich drei mache, Digga! Auf! Eklisch! What? Ich glaube schon! Ey, nein! Zeig doch, dass es schön war! Ich wollte nicht! Seid doch, dass es schön war! Okay! Ich wollte nicht! Seid doch, dass es schön war! Ich bin frei! Wie siehst du denn? Ohhhh! Nein! Ohhhh! Nein! Ich komme nicht bei mir schnell den Fuß sortieren! Oh! Oh! Guck! Oh! Oh! Ey! Warte! Nein! Wie die mehr kommt! Cool! Ah! Stange! 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 Immer gegen die Stange, Mann! Ich möchte die Dinger ganz schnell, ganz zackig darüber, ob sie raufkommen oder nicht, ist mir scheißegal! Kurz und knackig! Kein Anlauf! Aber ein Step nach hinten! Ohhhh! Das war geil! Step back! 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 Ah! Das ist kensig! Ich fand es jetzt nicht schlecht! So, vier Punkte für mich! Ich habe sechs! Du kriegst drei Punkte, hast jetzt fünf! Zwei! Du kriegst zwei Punkte, hast jetzt sechs! Sechs! Und du kriegst einen Punkt, hast jetzt fünf! 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 Das war es von der Fußball-Challenge! Es ist sehr, es ist ganz einfach, wie es alles hier aussieht! Gruß geht raus für den Support! Die ist das ganze Jahr lang über! Es ist, glaube ich, eines der letzten Videos dieses Jahr! Wir sind euch sehr dankbar! Wenn ihr dieses Video sehen, dann haben wir auch unsere eigene Getränke-Firma gegründet! Dritte! Wir dürfen es lieben! Woooo! Wir hoffen auf euren Supporter, Freunde! Es wird sehr, sehr geil! Das nächste Jahr! Lasst auf jeden Fall ein Like auf das Video da! Die 100.000 Like ist das Ziel! 100.000! Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt! Vielleicht habt ihr bald die 1 Million und checkt die Männer hier aus! Oben in der Videobeschreibung verlinkt! Die zweite Folge gibt es jetzt bei Winnie auf dem Kanal! Wir haben für ihn auch ein Video aufgenommen! Ich habe einen aufgemacht! Checkt das Video auch aus! Gut geht raus! Bis zum nächsten Mal! Mm, das wieder! O? Das war es!